Was ist das für ein Barbarasch, Alter? Arthur? Junge, wo warst du? Ich war in einer Gang. Welche Gang? Köckebeke Gang. Was ist die Köckebeke Gang? Das ist diese Köckebeke Gang, oder? Gang, shit, Gang, Gang, Köckebeke Gang. Die haben mich rausgeschmissen, deswegen will ich in den Müll rum, Alter. Ja, es gibt auch Gründe, warum du rausgeschmissen wurdest. Wieso? Komm, du aussiehst. Kiwi-Kopf, Alter. Ich hab deine Nummer nicht eingespeichert. Das ist nicht mal mein Handy. Das ist dein Handy? Einfach mit meinem Handy. Ey, warte mal, dann gehörts ja mir. Arthur, warum sind auf diesem Handy Chikbilder drauf? Also ist das dein Haus? Das ist mein Haus, das ist mein Auto. Das ist dein Auto? Das hab ich nicht verlieren lassen, ja. Ah, war, war, war. Im Kackgrün. Ah, war, war, war. Wenn sie so fliegen, die grün sind, so nicht, Bruder. Hallo, meine Atomalatos. Ich war sehr, sehr lange weg. Sehr lange. Sehr lange. Weil ich war in Allerchatten, Rondosjahn. Ein paar Businesses, Gang, shit. Gang, shit. Gang, shit. Gang, shit. Comeback. Du sollst ich Comeback sagen? Ich mach die Adlips, Alter, rede einfach. Adlips? Adlips. Lass ich deine Lippen küssen. Lippen küssen. Ich will nicht küssen. Backfisch. Backfisch essen. Mir ist heiß. Ich hasse euch. Wegen euch müsst ihr ein Video sehen, weil ihr mich jeden Tag nervt. Arthur, da reden Menschen. Ja, wir reden hier, hallo. Arthur, auf diesem Handy sind voll viele Chikbilder drauf. Rauf damit, Digga. Ist okay. Arthur, Mulatto ist back. Arthur, Mulatto. Arthur, Mulatto. So, guck, 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 guck. Freunde, wir gehen jetzt auf Kirmes. Denn es ist Kirmes, Backfisch. Arthur, warum sind die News von meiner Cousine drauf? Okay. Seht ihr diese Backfisch da hinten? Wir sind zwei Sekunden hier drin. Backfisch, Backfisch, Mann. Ja, hier ist es sehr laut. Wir haben Backfisch in den Kuppi jetzt hier rein. Backfisch. Ja, einmal rein. Ich würde Omo-Chan verkaufen für diese Backfisch. Ernst. Schmeckt? Backfisch. Willst du Zitrone, Baby? Backfisch. Schmeckt dazu? Schmeckt fischig. Soßenfisch. Backfisch. Backfisch. Fischigem Fischkopf. Schmeckt, Meister? Super. Hier sind sieben Millionen Spielzeuge und du willst was Pinkes haben, oder? Junge, das war nur zum Testen, Alter. Richtig nicht. Das war zum Testen. Das sind 40, aber das war zum Testen. Wo? Du kannst einfach nur ein Stück weg jetzt rein. Junge, dein ganzes Taschengeld ist da drin, Alter. Ist der echt? Das ist das wahre. Ist das ein bisschen Groschen? Thank you. Thank you. Automulato gelieor. Also, das war richtig kacke. Sie kommen, haben wir noch einen? Also, das war richtig kacke. Hadi, Atu, Mulato. Oğlum, öldürdü, mu? Oh, hab, Gura. Oh, oh. Atu? Atu. Atu. Hadi, Atu. Atu, bitte, Atu. Atu, wenn du nur ist, ich will. Atu, das sind schon 15 Euro, die du reingeschmissen hast. Atu, Baby. Para, bitte morg. Junge, wir machen das jedes Jahr. Und jedes Jahr verlieren wir. Ist der Mann, oder? Para, bitte morg. Atu. 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 Elmio. Atu. Oh, jetzt, Baby, du kommen. Atu, du hast ihn nicht mal getroffen, einfach. Aha. Reicht das noch? Ich muss noch. Warum? Du hattest 400 Euro dabei. Ich muss noch tanken. Wir spielen mit Tankgeld. Wenn der nicht kommt, können wir nicht. Atu. 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 Atu, meine Unis. Okay. Danke. 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 Daniel. Anni Adikamo kumarcı. Hadi Atu. Hadi Atu bitte Atu. Atu söz�수� wish I going again. 何 bientôt. Bayern d complaintilesrigir. Hadi. Adik idea. Hannah yeri. Yeri. Ja, wir trinken jetzt Slush-Eis, 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 die Nacht gehört mir, die Frauen kommen bei mir nie, Alter. Weißt du, wer das ist? Das ist Eskort Melanie, Stock 4, Rothaus. Ich hab dir gesagt, die kommt. Oh mein Gott, du bist so kacke, Bruder. Merkst du was? Merkst du was, Bruder? Warum kannst du das so gut an? Jong-Long Mulatto, Digga, Jong-Long-Schlung. Nichts oder rechts. Du triffst nicht den ersten nie. Verdammt, Alter. Der war voll gut, Alter. Boah, Long-Schlung Mulatto, Digga. Boah, der war ja gar nicht mal so gut, Alter. Die ganze Regale oder kleine Slush-Eis von dir. Boah, ist diese Schuhe? Nimm mal diese Schuhe. Abi. 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 Jungsi. Jungsi, 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 Jungsi. Komm mal. Du bist so beschissen, Digga. Abi. 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 Kann ich diese Rainbow-Dings da haben? Bim, wo spiel. Blau, 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 blau. Das passt. Blau, blau, blau. Komm, Chef. Ab nach Hause. Komm, Chef. Feierabend. Ab nach Hause. Komm, Chef. Erster Versuch, Chef. Ab nach Hause. Satz mit X, das war wohl nichts. Satz mit X, ich fick dich gleich. Komm, Chef. So, jetzt haben wir Schluss hier. Letzter. Alter, komm, wir müssen ein Bierchen trinken, Junge. Ich trink mir ein Bierchen. Jo, wir sind ein Bier trinken. Komm mal jetzt. Komm jetzt raus. Ja, dann passt doch. Komm, wir gehen. Schon besser. Irgendwann ist wie gut, ne? Irgendwann ist Feierabend, ne? Ab nach Hause. Komm. Komm, Chef. Komm, wir gehen jetzt. Komm, wir gehen jetzt. Komm, wir gehen jetzt. Ich werde jetzt meine Nieren hier lassen. Ach, du schoß. Ach, du schoß. Ach, du schoß. Jee, wie. Geh, lang, Pich. Ach, du. Geh, du schoß. Geh, du schoß. Ja, schoß. Ja, schoß. Du bist der beste Mann einfach. Bester Mann einfach. Kannst du den so zur Hälfte reißen oder einfach? Bitte, bitte, bitte. Ey, du bist so kacke. Sag bitte, dass ich gut bin. Du bist scheiße. Du musst dich gut stimmen. Du musst dich gut stimmen. Du bist der beste. Du bist der beste, Arthur. Sag was. Du bist der beste. Was habe ich dir gesagt? Motivier mich. Motivier mich. Ja, Motivier mich. Motivier mich. 30 Euro, ja. Ey, kann ich deinen Rest haben und dir zocken? 30 verdammte Euro, ja. Ey, geh mal da rein. Ey, der hat wieder mit Schicke gewonnen, ja. Blauer Hakenbonus. Du, du warst fast dunkel. Im Video war es eigentlich die ganze Zeit hell. Aber wir können nichts dafür, denn die Sonne ist jetzt unten. Und du bist verschwunden. Nein, ich bin doch hier. Halt ihn mal quer an deinen Kopf. Das war's, Bruder. Bist du behindert, Bruder? Bist du auch, Junge? Krusprig lecker. Schmeckt gut. Das stinkt, Bro. Bist du auch? Ja. Bist du auch? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017